Die Nachfolge, die Sendung, wird Ihnen präsentiert von Bali Berseri. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen bei timetodo.ch. Meine Sendung heute beschäftigt sich mit der Thematik Ernährung, außergewöhnliche Pflanzen und was wir sonst noch tun können, um in unserer Mitte zu bleiben. Was ich Ihnen als erstes zeigen will, gestern war da ein kleiner Fehler drin, den wir heute ausgebessert haben und zwar geht es um unsere Veranstaltung am Mittwoch, den 10.04. Gestern hatte ich gesagt, Dienstag. Wenn wir da einmal reinschauen, es geht hier um Dr. Masaru Emoto. Am Mittwoch, den 10.04. um 19 Uhr hier im Restaurant Element wird er wahrscheinlich letztmalig in Europa zu sehen sein, seinen Vortrag halten zum Thema Wasser, die Kraft unseres Lebens. Mehr davon können Sie unter www.emoto-wasser-event.de sehen. Sie kennen das alle. Wie gesagt, als Botschafter des Wassers vermittelte ein tiefgehendes Verständnis darüber, wie Wasserinformation verschiedenster Art aufnimmt und welche Auswirkungen selbst Musik, Bilder, Gedanken und Gefühle auf Wasser haben und wie sich das Wasser dadurch grundlegend in seiner Struktur verändert. Bekannt und berühmt wurde er durch die Bilder dieser wunderbaren Wasserkristalle. Hier steht noch mehr, das finden Sie auf unserer Homepage natürlich. Ganz toll noch, das Emoto-Peace-Projekt, ein gemeinnützig anerkannter Verein, will in den Kindern dieser Welt das Verständnis für eine friedliche und harmonische Koexistenz allen Lebens durch den bewussten Umgang mit Wasser erwecken. Und das ist das Kinderbuch hier, wo die geheimnisvolle Sprache des Wassers heißt es, was 10.000 Mal an Kinder verteilt wird. Wie gesagt, das am Dienstag, den 10.04. Natürlich können Sie abends Bücher von Dr. Masaru Emoto, Postkarten, Plakate, Tischsets mit tollen Wasserkristallen in einer der nächsten Sendungen. Bringe ich mal welche mit, dass Sie das sehen können. Gegen 20.30 Uhr gibt es wieder ein tolles Essen und Sie können Ihren Platz reservieren unter 079 930 3076 unter der E-Mail-Adresse redaktion.time2do.ch oder Sie schreiben ganz einfach an time2do.ch.co.schweiz 5, Lotzwilstraße 66 in Langenthal. Es wird mit Sicherheit ein interessanter und ein toller Abend. So, dann kommen wir jetzt mal, da ist irgendein Hund verrückt, zu unserem heutigen Thema. In den letzten Sendungen, wo ich über Ernährung gesprochen habe, hat natürlich wieder viel Feedback ausgelöst. Viele Menschen haben mir geschrieben und ich muss noch mal so ein bisschen ein paar Dinge zusammenfassen. Also einmal, natürlich gibt es viele Verwirrungen. Wenn Sie im Internet so durch die Seiten gehen, dann sagt der eine keine Rohkost, der andere sagt nichts gekochtes, der dritte sagt keine Zwiebeln und das nicht. Der vierte geht hin und erzählt Ihnen, Sie sollten am liebsten kein Getreide essen und so geht es weiter und weiter. Also ich sage Ihnen mal, wie ich das für mich gelöst habe. Ich esse das, was mich anmacht und zwar nicht, dass ich mir jetzt lauter Leckereien hinstelle, sondern natürlich habe ich mich belesen, was wie im Körper am besten wirkt. Also morgens esse ich Müsli und frische Früchte, aber natürlich kein Müsli aus der Packung. Alles in diesem Müsli von den Nüssen angefangen, über Haferflocken und so weiter ist frisch. Ich verwende darin Reismilch, weil das mit der Kuhmilch, die man da kaufen kann, ist nicht so mein Ding. Und wie gesagt, ich möchte ja so langsam ganz von den Produkten wegkommen, also vom Vegetarische bis ins Vegane hinein. Aber im Moment ist das alles noch gut, nur Milch trinke ich schon seit Jahren nicht mehr. Ich habe da mal mit einem Mann gesprochen, der in so einer Fabrik gearbeitet hat und seitdem trinke ich keine Milch mehr. Aber ich will Ihnen da nicht den Spaß am Milch trinken verderben. Wenn Sie das für sich gut finden, dann tun Sie das. Und das andere ist, mittags ist die Masse meiner Ernährung aus Gemüsebestandteilen, also von Gemüselasagne über ein Bärlauch-Ramioli, wie Sie da eben das gesehen haben. Dann alle möglichen Pastas esse ich auch mit Pilzen dabei und zum Beispiel mit Bärlauch oder mit einer schönen Knoblauch-Pepper-Roncini, also Aglio L'Olio-Soße. Das mag ich gern. Ganz, ganz selten kommt es vor, dass ich vielleicht nochmal einen Fisch esse, aber das ist jetzt die letzten drei Monate nicht mehr der Fall gewesen. Und am Abend, da kommt mein großes Suppenkast bereit zum Tragen. Abends esse ich am liebsten auch Gemüsesuppen, also frisch gemacht. Wer so einen Pürierstab hat, der weiß, wie schnell das geht. Man schneidet Lauch zum Beispiel klein, tut ihn ein bisschen andünsten. Ich tue immer noch ein, zwei Zwiebel hinein, auch wenn der Andreas Schaufert sagt, das soll man nicht essen. Ich finde, es schmeckt lecker. Dann wird der Lauch hineingegeben, geköchelt und während dem Köcheln wird er dann püriert. Eine wunderbare Suppe, ein paar von diesen Pitzelchen halte ich draußen. Die werden dann oben drüber garniert und das schmeckt. Und wenn mir das nicht reicht, esse ich noch ein frisches Stück Brot dazu. Aber nicht frisches Brot, sondern natürlich mindestens zwei Tage alt, weil wenn Brot zu frisch ist, dann gibt es Gase, die dann geräuschvoll uns verlassen. Und ich esse es immer mindestens zwei Tage alt, das Brot. Und dann tue ich es meistens noch eine Scheibe ein bisschen auf den Toaster legen. Ich mag das, wenn es ein bisschen knusprig ist. Und das esse ich dann noch zur Suppe dazu. Es versteht sich, Roggenbrot natürlich oder Meerkornbrot. Weißbrot esse ich, wenn, dann mal am Wochenende zum Frühstück. Das ist so meine Ernährung und ich variiere das immer. Die Früchte morgens, ganz breites Programm. Natürlich das, was hier wächst im Moment. Bis letzte Woche habe ich auch noch viele Trockenfrüchte gegessen, weil im Winter sollten wir keine frischen Früchte essen, außer sie kommen aus einer anderen Region. Weil überall sind ja Informationen drin. Und wenn Sie eine Frucht essen, die eigentlich im Sommer erst reif ist, sind die Informationen trotzdem drin. Und die nehmen Sie dann auf und dann gehen wir raus, wundern uns, dass wir frieren. Aber wir haben mit der Fruchtinformation unserem Körper ein Sommergefühl vermittelt. Wenn natürlich Früchte aus Tropenländern kommen, sieht es da etwas anders aus, weil wir ja einen ganz anderen Organismus haben, als die Menschen, die dort leben. Gibt es ein tolles Buch drüber. Habe ich jetzt nur den Titel nicht parat, fällt mir gerade ein. Muss ich Ihnen einmal empfehlen, weil da geht es auch darum, dass er ganz klar schreibt, ernährt euch international. Die Welt verändert sich, die kosmischen Gesetze verändert sich, alles verändert sich. Und wie gesagt, machen Sie Ihr Frühstück so breit als möglich. Heute morgen war es eine Drachenfrucht, eine Kombola, eine Kiwi, eine Passionsfrucht und ein Apfel. Und es war super. Kommen wir zu unserem Thema. Da schreibt mir der Jakob, Hallo Herr Brackenwagen, einer Ihrer letzten Sendungen, die über vegane Katzen- und Hundeernährung, haben Sie darauf hingewiesen, dass Sie sich freuen würden, wenn weitere Menschen Ihre Erfahrungen von der Umstellung auf vegetarische, vegane Ernährung mitteilen. Deshalb und weil ich noch einige Ergänzungen, Anregungen hätte, schreibe ich diese E-Mail. Bei mir kam die Entscheidung, meine Ernährung auf vegan umzustellen im März letzten Jahres, nachdem ich die Vortragsreihe von Prof. Dr. Walter Veit zum Thema Gesundheit und Ernährung auf YouTube angeschaut hatte, die auch sehr zu empfehlen ist. Zusätzlich hatte Andreas Popp, dessen Vorträge ich damals auch verschlungen habe, einen dort ebenfalls immer wieder ins Gewissen geredet, doch vom Fleischkonsum loszukommen. Und weitere Videos taten ihr Übriges dazu. Weitere Empfehlungen. Schauen wir gleich rein. Und schließlich konnte ich dann einfach nicht mehr normal weitermachen, weil ich wusste, wie schädlich die ganzen Sachen für mich waren, welche ich sonst täglich konsumiert hatte. Gleichzeitig machte ich mir aber auch keinen Druck, sofort alles zu verändern. Und so habe ich dann stückchenweise meine Ernährung umgestellt. In den ersten beiden Monaten mehr vegetarisch und seitdem immer weiter auf vegan. Ich würde sagen, dass ich heute bei über 98% vegan bin. Was mich noch von den 100% trennt, ist zum einen der Umstand, dass meine Eltern immer noch Allesfresser sind, aber für mich mitkochen und dabei halt Verunreinigungen vorkommen können und ich mich noch nicht ganz vom Honig trennen konnte. Ist sicherlich auch mal ein interessantes Thema zum Ansprechen, ob Honig vegan ist oder nicht. Hier mal ein Video dazu. Trotzdem bin ich meinen Eltern, besonders meiner Mutter sehr dankbar, da ich es wahrscheinlich ohne ihre Unterstützung nicht so einfach geschafft hätte. Ein seltsamer Zufall auch war, dass meine Eltern im selben Zeitraum wie meine Entscheidung kamen, nach zig Jahren endlich mit dem Rauchen aufgehört haben. Da kam wohl irgendein Impuls der Veränderung. Das Thema Kaffeetrinken habe ich damals auch gleich in Angriff genommen, also aufgehört damit. Und da war ich sogar etwas mehr überrascht, dass sich meine Gesundheit durch die Ernährungsumstellung sehr verbessert hat. Ich denke, ich denke, ich keine Überraschung, aber beim Kaffee hatte ich doch die Befürchtung, dass ich dann den ganzen Tag müde umherlaufe. Doch das Gegenteil ist der Fall. Aufstehen ist morgens kein Problem mehr, selbst wenn ich vom Wecker aus dem Schlaf gerissen werde. Ich bin innerhalb von ein paar Minuten hellwach und denkfähig. Selbst wenn ich manchmal nachts aufwache, um aufs Klo zu gehen, könnte ich in dem Zustand mathematische Gleichungen lösen. Ich muss natürlich auch anmerken, dass ich vorher nie ein so extremer Kaffeetrinker war. Allerhöchstens drei normale Tassen am Tag, aber vielleicht hilft Ihnen das ein wenig, wo Sie ja gerade damit kämpfen. Weiterhin lohnt es sich sicherlich noch zu erwähnen, dass ich gut vier bis fünf Kilo abgespeckt habe nach der Umstellung und meine Migräne je zeltener auftritt. Weitere Veränderungen kann ich mangels bisheriger ärztlicher Besucher außer Zahnarzt leider nicht schildern. Aber apropos Zähne. Zahnputzmittel wäre auch mal so ein Thema für eine Sendung, Stichwort Florid. Das ist für Vegetarier und Veganer gar nicht mal unwichtig, da das Floriden der Zahnpasta die Mundfloraenzyme schädigt und somit weniger Nährstoffe aus dem Essen gewonnen werden. Ich benutze jetzt Schlemmkreide, nachdem ich zunächst auf eine floridfreie Zahnpasta umgestiegen bin und bin bisher zufrieden, bin gespannt auf den nächsten Besuch beim Zahnarzt. In der Sendung über vegane Katzen- und Hunde Ernährung haben sie ja eigentlich größtenteils Links zu Internetseiten verteilt, was daraus sinnvoll ist, da es dort mehr als genug gibt. Eine ähnliche Vorgehensweise würde ich auch vorschlagen, um den Leuten, die ihre Ernährung umstellen wollen, weitere Hilfen zu geben. Denn im Internet gibt es so viele Rezepte, Kochvideos und vegane Shops, die einem das Leben erheblich erleichtern. Ich denke, Sie kriegen dazu bestimmt auch die anderen E-Mail-Hinweise und Links von mir, zwei Seiten, die Kochvideos machen. Eine Ergänzung zu der schon erwähnten Sendung wollte ich auch noch machen. Der oben genannte Prof. Dr. Walter Veith hat nämlich noch weitere Vortragsreihen gemacht, unter anderem auch eine über die Evolutionstheorie von Darwin und der heutigen Schulwissenschaft. Darin widerlegt er diese praktisch und stellt zugleich gegenüber, was in der Schöpfungslehre in der Bibel steht. Ich bin zugegebenermaßen nicht religiös, doch die Argumente und Beweise, die er liefert, sind schon nachvollziehbar. Das Ganze ähnelt sehr, den Thesen, die Hans-Joachim Zillmer verbreitet und stützt, beziehungsweise erweitert diese noch. Jedenfalls ist einem dieser Vorträge, geht er auf die These ein, dass womöglich früher als die Vegetation noch üppig und artenreich war, alle Tiere auf diesem Planeten ausschließlich Pflanzenfresser waren. Das ist, denke ich, ein interessanter Punkt. Hier der Link. Natürlich empfehle ich auch, die anderen Videos aus dieser Reihe anzuschauen. Darauf, dass ein veganer Lebensstil mehr umfasst als nur Ernährung, ist bei Ihnen, glaube ich, auch noch nicht sehr darauf eingegangen worden. Deswegen ein weiterer Themenvorschlag, Stichwort Haushalt, Kosmetik, Leitung. So, ich denke, das war es erst einmal. Ich wünsche viel Erfolg für die weiteren Sendungen. Einen schönen Abend. Liebe Grüße, Jakob. Dann sage ich mal ganz herzlichen Dank, Jakob, für deine Mail. Toll, dass du dir so viel Zeit genommen hast, das zu schildern, weil es auch für unsere Zuschauer wichtig ist, immer mal wieder zu hören, was haben andere erlebt und was sagen andere dazu und was ganz interessant war. Und wir werden natürlich auch diese Beiträge auf die Seite stellen, dass sie sich das herunterladen können, sollten sie nicht über Internet verfügen und Informationen brauchen. Wie gesagt, die Adresse wird immer eingeblendet. Schreiben Sie uns an unter timetodo.ch.co.schweiz5, Lotzwildstraße 66, wie unten eingeblendet, 4900 Langenthal. So, die Verena hat mir auch geschrieben. Sie schreibt, lieber Norbert Brackenwagen, recht herzlichen Dank für die vielen informativen Beiträge. Vor allem schätzen wir sehr, wenn Sie allein in der Sendung gehen und Stellung zu den unterschiedlichen Themen nehmen. Wirklich alle Achtung, Sie sind ein sehr mutiger Mensch. Außerdem sind Sie mir ein großes Vorbild, was das Brillentagen betrifft. Seit zehn Jahren brauche ich auch eine Lesebrille. Jetzt versuche ich es genau wie Sie. Ich lasse sie im Schubfach, aber es fällt verdammt schwer. Wenn wir nochmal zurückschalten. Ja, Sie sehen es, liebe Zuschauer, ich habe jetzt hier auf Schriftgröße 14 stehen. Das kann ich von dieser Entfernung bequem lesen. Wenn ich kleiner werde, muss ich näher ran und dann zwinker ich so, dann lachen die Zuschauer wieder. Ich würde immer so da sitzen und würde lesen. Jetzt habe ich es einfach eine Stufe größer gemacht. Aber es geht immer besser. Dazu muss ich sagen, ich muss nochmal die Behandlung wiederholen, denn alle Dinge sind noch nicht so, wie ich das haben möchte. Und wenn es dunkel wird oder das Licht schlecht wird, dann habe ich noch so meine Probleme und das möchte ich auch in den Griff kriegen. Das eigentliche Anliegen meiner Mail ist ein Bild, welches mein Mann auf der Autobahn von der Arbeit nach Hause auf der Autobahn gemacht hat. Sehen Sie selbst. Ein ganz tolles Vorunternehmen, welches beispielhaft vorangeht, finden Sie nicht auch. Man kann das auf der Internetseite anschauen und das tun wir einmal. Das ist das Bild, um das es geht. Auf der Internetseite selbst-ven.de. Da steht dann Hunde streicheln, aber Schweine essen. Und dieses Bild habe ich auch noch einmal ein bisschen größer. Hier vergrößern wir das noch ein bisschen. Jetzt sehen Sie das Originalbild, was er gemacht hat. Auf einem LKW steht hinten auf der Rückseite. Na, wo sind wir hier? Wen streicheln, wen essen. Und wie gesagt, darunter ein Welpe und ein Ferkel abgebildet. Und liebe Zuschauer, das trifft es natürlich auf den Kopf, denn wir müssen uns überlegen, ob das wirklich ein Unterschied ist. Und wenn wir uns immer abwenden, weil in China auch Hunde, also nicht die, die wir normal kennen, sondern die werden speziell gezüchtet, haben auch kein Fell. Ich war da, ich kenne das, habe es aber nicht gegessen, weil, naja, ich habe damals schon wenig Fleisch gegessen. Dann Hund essen, das wollte ich schon dreimal nicht. Aber es war schon interessant zu sehen, dass wie bei uns, was für sich die Hühner oder irgendwas an diesen Stangen hängen, so hingen dort die Hunde zum Essen und ist sogar teilweise noch eine Delikatesse. Aber wie gesagt, wenn wir in unsere Breiten gerade gehen, und jetzt gehen wir noch ein bisschen tiefer da hinein, dann stellt sich ja die Frage, wie sieht es überhaupt aus mit dem Fleischessen? Schauen wir mal, was der, wer war es, Harald und die Verena weiterschreiben. Das Thema Fleischessen berührt uns sehr, da wir Vegetarier sind. Wir hoffen, dass viele Menschen über das unendliche Leid der Tiere nachdenken. Nur so können wir der Welt mithelfen, sie zu verbessern. Mit ganz lieben Grüßen an alle von Time2Do, Verena und Harald Z. Natürlich, liebe Zuschauer, ist das auch noch anders beleuchtet. Und zwar, und zwar, und zwar, und zwar, schauen wir uns da noch einmal was an. Da hat mir geschrieben, ganz viel geschrieben, ganz viel geschrieben, aber interessant, Patricia und Amadeus. Auch für eure E-Mail ganz herzlichen Dank. Es ist eine E-Mail, wo immer helfen soll. Und deswegen, liebe Zuschauer, lese ich das auch vor. Es geht darum, dass wir die Meinungen von anderen Menschen hören. Und zwar, deswegen zeige ich sie auch und lese sie vor, dass Sie sehen, da wird nichts rauskopiert. Die Original-E-Mail wird rüberkopiert. Ich anonymisiere sie nur, denn es geht darum, nur wenn die Leute explizit schreiben, sie können meinen Namen nennen, dann nenne ich ihn auch. Ansonsten bleibe ich beim Vornamen, eben mein Lieblingssteckenpferd. Und Sie können, wenn Sie dazu noch weitere Informationen haben möchten, gerne nachfragen. Wir reichen das dann weiter. Hallo Norbert, wir verfolgen stets Ihre Sendung mit großem Interesse von den Kanaren aus. Ui, da ist es schön warm. Ihre Aufklärungsarbeit in Form ihrer großartigen Sendung über die freie Energie und ihren fantastischen Einsatzmöglichkeiten, sowie etwa über Obamas vorgesehene Einführung des Chips sind enorm wichtig. Mögen viele Menschen davon erfahren und in naher Zukunft von diesen Informationen profitieren. Wir leben heute in einer Zeit des Erwachens. Das steht sogar schon in der Bibel beim Propheten Daniel im Kapitel 11. Dort wurde detailliert unser heutiges Erwachen vorausgesagt. Jedoch nur das Erwachen bestimmter Menschen. Doch das wäre ein Thema für sich. Aber als Erwachte glauben wir nicht mehr an einen beschränkten und beschränkenden Bibelgott, sondern an die undefinierbare, allgegenwärtige, umfassende, höchste Gottheit. Doch wir haben längst alle uns behinderten alten Zöpfer abgeschnitten und gehören somit auch keiner Religionsgemeinschaft an. So haben wir mit ihnen Menschen, unter anderem eine Gemeinsamkeit, denn auch wir sind überzeugte Vegetarier und dies schon seit 13 Jahren. Seitdem fühlen wir uns viel leichter. Eine vegetarische Ernährung erleichtert nicht nur die körperlichen Funktionen, sondern befreit auch das menschliche Gewissen. Eine bewusste Entwicklung ist nun einmal nicht vereinbar mit dem gleichzeitigen grausamen Töten unserer irdischen Mitbewohner, wie es Ashtar Sheran schon vor über 13 Jahren per Channeling so treffend ausgedrückt hat. Unsere jüngsten Geschwister, diese als Schlachttiere missbrauchten Tiere, sind doch selbst Vegetarier und schaden niemanden. Die Kühe schenken uns Milch und Käse und es ist eine Schande, dass es immer noch Personen gibt, die diese wunderbaren Tiere als Dank im Schlachthaus massagrieren. Dabei braucht auch ein Vegetarier doch nicht auf den für vieles noch gewohnten Fleischgeschmack zu verzichten. Wir empfehlen hier als Fleischersatz Quorn. Q-U-O-R-N komme ich in einer Sendung nochmal dazu, das leider in der BRD verboten ist, denn eine Einführung wurde boykottiert. Es ist völlig unbekannt, denn die Fleischindustrie fürchtet um ihr Monopol. Quorn ist ein vegetarischer Fleischersatz, der echter und besser als das Original schmeckt und wie Fleisch sich vielseitig verarbeiten lässt. Dieses pflanzliche Eiweißprodukt besteht aus essbaren Schimmelpilzen. Das Mikroprotein stammt aus der gleichen Familie wie bei Jumpyjons oder Trüffeln, weshalb es auch gerne als Mushroom-Protein bezeichnet wird. Nur ganz zufällig haben wir von der Existenz des Quorns erfahren. Natürlich nicht in den deutschen Mainstream-Medien, sondern in Mysteries, einem guten alternativen Schweizer Magazin, das sich mit ungewöhnlichen Kontroversen und anderen verschwiegenen Themen befasst. In vielen europäischen Ländern ist Quorn erhältlich. In der Schweiz kann es jedoch unter dem Namen Kornitur in den Mikromärkten gekauft werden. Aber auch auf bestimmten kanarischen Inseln können wir Quorn erwerben. Jedenfalls ist es für uns ein wunderbares Gefühl, all den besagten Tieren wieder in die Augen sehen zu können. Und wenn Sie tief in sich hineinhorchen und Ihre Seele befragen, wird Ihre Seele Sie dies dankbar spüren lassen. Denken Sie an Ihr Erlebnis, wie die Tiere des Bauernhofes Ihnen entgegenkamen. Denn Tiere spüren mehr, als die Spezies Mensch glaubt. Wir möchten Sie nicht erschrecken, aber die Welt kann nur besser werden, wenn die Menschheit ihre Augen nicht vor dem Leid der Tiere verschließt. Die Beiträge wie der Film des Vegetariers Paul McCartner, Glaswalls, Wände aus Glas unterstreichen ließ. Dieser Film zeigt das Grauen in den Schlachthäusern und lässt sich bei YouTube sowie bei der Tierschutzorganisation PETA aufrufen. Vielleicht können Sie Ihren anderen Zuschauer auf diesen Link hinweisen, wenn Sie mögen. Denn nur durch Verbreitung kann etwas bewegt werden. Denn Menschen dürfen solche Informationen nicht vorenthalten werden. Nur so ist ein jeder in der Lage, für sich selbst eine eigene Entscheidung zu treffen. Eine ideale Entscheidungshilfe zur Wahl der Ernährung ist die Broschüre Vegetarisch leben. Die Notwendigkeit fleischloser Ernährung von Ronald Zürer und Armin Riesi. Sie enthält alle Informationen, dass der Mensch als Pflanzenpresser konzipiert ist. Ferner wird über gesundheitliche Aspekte, das Leid der Tiere, Misswirtschaft und ethische Aspekte berichtet. Auch das Karma-Geschehen und die Weltreligionen werden dort im Lichte des Vegetarismus beleuchtet. Unter anderem waren die Urchristen Vegetarier eine Broschüre mit einer guten Beweisführung, die ideal geeignet ist und als Unterrichtswerk an allen Schulen besprochen werden sollte. Doch es gibt auch Beweise, dass Jesus selbst Vegetarier war. Im Friedensevangelium der Essener finden Sie diese Wahrheit über Jesus verborgen, die ihn von einem Jesus der Kirchen unterscheidet. Dieses ursprünglich in Aramäisch verfasste Friedensevangelium wurde von Dr. E. Bordeaux-Zeckeli in den Geheimarchiven des Vatikans entdeckt. Er berichtete, auf welchen spannenden Weg er in die Geheimarchive gelangte, bevor er es übersetzt und erstmals im Jahr 1933 veröffentlichte. Eine Zeit lang waren die vier Bände völlig vergriffen, doch mittlerweile sind diese Bände wieder erhältlich und wir können Ihnen diese wärmstens ans Herz legen. Doch sie brauchen bei ihrer bemessenen Zeit keine dicken Wälzer zu befürchten. Jeder Band ist dünn und zudem günstig im Erwerb. Die katholische Kirche wusste schon, warum sie dieses Evangelium und die Informationen eher vegetarischer Ernährung in ihre Geheimarchive verbannte. In früheren und besonders finsteren Zeiten wurden Vegetarier genötigt, Fleisch zu essen. Bereits Konstantin, der sogenannte Große, der das Christentum zur Staatsreligion erhob, führte das Fleischessen und auch die Wehrpflicht ein. Und wer in späteren Jahrhunderten den Fleischverzehr verweigerte, wurde kurzerhand auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die von der katholischen Kirche eigens dafür geschaffene Inquisition rottete gnadenlos die Katara aus, auch weil diese Vegetarier waren, die verantwortliche Kirchenführung. Und dahinter die geheime Weltregierung im Großen ist nicht daran interessiert, dass ihre Schäfchen bzw. die Menschheit von dieser Art des Kamas befreit werden. Und so will man die Menschen auf ewig in Schuld halten. Hier noch ein bewerkungswerter Link zum Thema. Lassen Sie sich einfach inspirieren und forschen Sie selbst. Freuen Sie sich, denn wir befinden uns in bester Gesellschaft, denn auch Goethe, Gandhi, Laoze, Tesla, Edison, Schopenhauer, Schweizer, Alexander von Humboldt, Voltaire, Wilhelm Busch, Jean-Paul Tolstoi, Ovid, Horace, Assisi, Da Vinci, Rousseau, Zola, Heuss und so weiter und so weiter und viele andere waren bzw. sind Vegetarier. Alle reden von Liebe und dass wir alle eins sein, aber es ist nicht schizophren, aber ist es nicht schizophren, wenn sich das Einsseiende in sich selbst gegenseitig tötet. Eins sein kann man jedoch nur, wenn man sich selbst und andere achtet und von daher auch dich tötet. Zum Erwachen von Menschen gehört also die Erkenntnis, dass wir den Raubtieren weit voraus zu sein haben und unseren Mitgeschöpfen nicht das Leben nehmen dürfen. Schließen möchten wir mit den Worten von G.B. Shaw, Tiere sind unsere Freunde und unsere Freunde und meine Freunde esse ich nicht. Ihnen und Ihrer Sendung Time2Do weiterhin alles Gute wünschen, verbleiben wir mit sonnigen Grüßen von den Kanaren, sofern der Himmel nicht gerade von Chemtrails verdeckt ist. Ein Umstand, der uns hier massiv zugemutet und immer mehr zu schaffen macht. Patricia und Amadeus. Liebe Zuschauer, Sie haben es gelesen, Sie haben es gehört, es ist wirklich eine umfassende Geschichte und wenn Sie einmal anfangen sich damit zu beschäftigen und wie gesagt, würden Sie Ihren Hund oder Ihre Katze essen, würden Sie auch nicht. Also was bringt uns eigentlich dazu, außer dass wir von Kindesbeinen daran gewöhnt wurden, so war es bei mir auch, Fleisch zu essen. Erst wenn wir weiter gehen, wenn wir erwachsen werden, wenn wir anfangen über die ganzen Dinge zu reflektieren, irgendwann fällt einem doch auf, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und wie gesagt, einiges stimmt da nicht und in dem Buch, von dem die Patricia und der Amadeus eben sprachen, sind auch interessante Vermerke drin, die werde ich Ihnen gleich nach der in Kürze folgenden Werbepause noch einmal zeigen. Aber wie gesagt, keine Schuldgefühle. Schuldgefühle wäre das Schlechteste, was wir haben könnten. Und wie gesagt, was wir getan haben in der Vergangenheit, können wir eh nicht ändern. Wir können nur irgendwann uns verändern und dann mit gutem Beispiel sowohl für uns selbst als auch für andere vorangehen. Und immer mehr, und das hat mich so gefreut, bei dem letzten Freundschaftstreffen im Januar gab es auch ein vegetarisches und ein Fleischmenü. Denn wie gesagt, ich bin keiner, der befiehlt, was zu essen ist. Der Mensch entscheidet selbst und frei und ich respektiere ihn so, wie er isst. Er muss selbst wissen, wo er seine Transformation herbekommen will und wie er seine Schwingung erhöhen will. Das muss jeder selbst entscheiden. Aber was habe ich gesehen? 85% der Menüs waren vegetarisch. Also ohne, dass ich Zwang ausübe, hat die Masse der Menschen das so genossen. Und das ist eine hervorragende Geschichte und das freut mich außerordentlich. Denn die Menschen, die es verstehen, die heute sagen, jawohl, das ist mir ein bisschen komisch geworden. Kein Problem, wenn Sie immer noch Fleisch essen, fangen Sie einfach an, darüber nachzudenken. Fangen Sie an, über die Dinge nachzudenken, die Sie in Ihren Körper bringen, jeden Tag. Denn du bist, was du isst, ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, auf den wir auch noch näher eingehen. Wir haben jetzt eine kurze Werbepause. Wir sehen uns gleich wieder in wenigen Minuten. Die Buchsensation. Erstmals im öffentlichen Fernsehen. Heiko Schrank präsentierte Die Jahrhundertlüge. Bestellen Sie jetzt 33 Franken bei time2do.ch. So, und schon sind wir wieder zurück. Ich war jetzt selbst ein bisschen überrascht, wie schnell das ging, aber so kann es sein. Ich wollte Ihnen noch an unseren Beitrag vor der Werbepause einen Anhang zeigen, den mir die Patricia und der Amadeus mitgeschickt haben, wo es um das Thema vegetarische bzw. vegane Ernährung nochmal geht. Und hier den Text aus dem Buch nochmal zitieren. Da gibt es einen kleinen Text, der heißt, ist der Mensch von Natur aus Vegetarier? Eine weitere häufige Frage lautet, ist der Mensch nicht von Natur aus ein Fleischfresser oder zumindest ein Allesfresser? Auch diese Zweifel beruht auf einem Missverständnis. Es stimmt, dass der Mensch zwar alles essen kann, also biologisch gesehen imstande ist, sowohl pflanzliche als auch tierische Substanzen zu verwerten. Aber das heißt noch lange nicht, dass deshalb alles, was er zu essen vermag, für ihn auch gut und gesund ist. Im Gegenteil, Körperbau und Veranlagung zeigen deutlich, dass die vegetarische Ernährung für den Menschen viel natürlicher und ratsamer ist. Das wird anhand des Vergleichs von Fleisch und pflanzenfressenden Säugentieren auf der nebenstehenden Seite deutlich. Wo wäre der Mensch einzuordnen? Gesamthaft betrachtet ist der Mensch von Natur aus viel eher ein Pflanzenfresser als ein Fleischfresser. Dies zeigt sich auch daran, dass er das getötete Tier nicht roh essen kann, sondern das Fleisch erst durch Abhängen, Kochen, Würzen und Braten zubereiten muss, bevor er überhaupt nur daran denken kann, es zu verzehren. Außerdem isst er in der Regel nur das Faserfleisch, Muskeln und bestimmte Organe wie Niere und Leber, Knochenblut und Gedärme hingegen. Die mineralstoff- und proteinreichsten Teile der Tierleiche verschmäht der Mensch. Kein Wesen, das von Natur aus zum Fleischfressen bestimmt ist, tut das. So, jetzt gehen wir mal da hoch in diese Tabelle und schauen uns das mal an. Hier links steht jetzt fleischfressende Säugetiere, pflanzenfressende Säugetiere. Da geht es um die Definition Krallen, fleischfressende, keine Krallen. Keine Hautporen kühlen den Körper durch Verdunstung über die Zunge. Hautatmung durch Millionen von Poren. Klappgebiss, Bewegung nur auf und ab, Maulöffnung weit. Kaugebiss auch seitlich verschiebbar, Maulöffnung klein. Scharfe Spitze Vorderzähne, keine scharfen Spitzen Vorderzähne. Keine abgeflachten Backenzähnen zum Zermahlen der Nahrung. Abgeflachte Backenzähne zum Zermahlen der Nahrung. Keine Speicheldrüsen im Mund. Gut ausgebildete Speicheldrüsen, notwendig um Getreide und Früchte vorzuverdauen. Saurer Speichel, kein Ptyalin-Enzym zur Vorverdauung von Getreide. Alkalischer Speichel, Amylase, viel Pythalin. Zehnmal stärkere Salzsäure im Magen als der Mensch. Verdauung von Zehentiermuskelknochen, schwache Magensäure. Magen hat die Form eines runden Sackes, kein Gärmagen, glatte Darmoberfläche. Magen hat eine längliche Form mit komplizierter Darmstruktur, Darmzutten, teilweise mehrfache Gärmägen. Dann steht hier unten noch drunter, Verdauungstrakt zwei bis dreimal so lang wie der Körper, damit das schnell verwesende Fleisch rasch aus dem Körper gelangt. Verdauungstrakt bis fünfmal so lang wie der Körper bei nicht wiederkäuenden Säugetieren. Leber filtert durch das Enzym Urikase zehn bis 15 Mal mehr Harnsäure aus, die bei jedem Fleischverzehr entsteht als bei Nichtfleischfressen. Verfügt nicht über das Enzym Urikase zum Abbau der gefährlichen Harnsäure. Die menschliche Leber kann nur wenig Harnsäure ausfiltern. Ja, liebe Zuschauer, wenn wir uns das jetzt betrachten, diese beiden Merkmale der fleischfressenden und der nicht fleischfressenden Spezies, muss ich doch sagen, alle Punkte, die da bei Nichtfleischfressern stehen, treffen eigentlich auch auf den Menschen zu und trotzdem wird uns das nicht gezeigt und auch nicht gelehrt. Uns wird weiter gezeigt, dass wir Fleisch Fleischfressen. Ja, es gibt natürlich in diesem Zusammenhang und für alle die, die meinen zum Beispiel, dass auf dem Land mit den Tieren gut umgegangen wird oder dass human geschlachtet wird und dass man sogar, wenn man Landmetzgerei liest oder sowas, dass man denkt, da geht man besser damit um, weit gefehlt. Durch meinen Bericht und meinen Einsatz auch für das Thema vegane Ernährung oder vegetarische Ernährung bekomme ich natürlich auch viel Mails. Unter anderem Tierfreunde e.V., eine Tierschutzvereinigung, die in ganz Deutschland tätig ist und die hat mir hier ein Video geschickt, da muss ich dann, das Ganze heißt Bio-Wahrheiten und es ist ganz schlimm, wenn ich das mir hier anschaue. Für Sie zu Hause sei noch gesagt, dass Leute, die ja vielleicht einen unruhigen Magen haben oder die schlimme Szenen nicht sehen könnten oder wenn Kinder noch vor dem Fernseher sind, die sollten Sie vielleicht jetzt einmal wegschicken oder wegschauen lassen, weil das sind wirklich harte Aufnahmen, die man mir da geschickt hat und wie gesagt, ich war in meinem Leben ein oder zweimal in einer Metzgerei und habe das gar nicht so mitbekommen, aber das ist schon schockierend, was da passiert und jetzt müssen Sie sich vorstellen, wir reden alle von Schwingung, wir reden alle von Zuständen, die in unserem Leben was verändern sollen und was glauben Sie, was passiert, wenn Sie von dem Tier, was Sie jetzt gleich sehen, von dem ein Schnitzel oder einen Braten oder sonst was essen, was da an Schwingung in Ihren Körper kommt. Also wie gesagt, die, die ziemlich grauselige Bilder nicht gut sehen können, schauen Sie für die nächsten drei Minuten nicht hin, weil es ist schon ein starkes Stück, was hier passiert, aber sehen Sie selbst. So, wie gesagt, die, 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 Das war's für heute. Jetzt noch mal schießen, oder? Oh, jetzt steht da eingeladen. Normal, ey. Oh, ich bin auch schon mit Pullen. Normal, schon, ey. Ich will das, liebe Zuschauer, einmal hier beenden. Ich kann mir das gar nicht selbst anschauen. So unglaublich finde ich das. Sie haben es gesehen, die Tiere lebten noch, obwohl er mit so einem Ding da den Tieren irgendwas an den Kopf geballert hat. Aber es ist natürlich ein großes Problem. Oh, der YouTube-Einblender ist noch drin, sehe ich gerade. Dass die Menschen das oft nicht sehen wollen. Oder da einfach wegschauen. Weil natürlich ist es heftig. Und ich muss sagen, es bedrückt mich nur alleine. Das Zuschauen bedrückt mich da schon. Geschweige denn, wenn ich heute daran denke, ich würde jetzt irgendwo hingehen, da würde mir einer ein Stück Rindersteak oder sonst irgendwas oder Kalbsplätzli vorsetzen. Und ich wüsste genau in meinem Kopf, was ich da eben gesehen habe. Und wie gesagt, großhuman ist das natürlich nicht. Also es gibt da auch weitere Berichte auf dieser Seite. Sie können Sie sich das gerne, wenn Sie das möchten, selbst anschauen. Sie finden auch den Link zu dieser Seite auf unserer Website. Hier sehen Sie das Ganze. Die Seite heißt www.bio-wahrheit.de Und da geht es um die Schlachtung von Biotieren. Und es gibt hier auch noch einen Kurzfilm über das Schlachten von Schweinen. Und auch die armen Viecher, wie Sie sie hier hängen sehen, die leben alle noch, während ihnen die Kehlen durchgeschnitten werden. Und so weiter. Also was ähnliches sehen Sie in Hühnerfarmen. Also wie gesagt, liebe Zuschauer, alles andere als menschlich, alles andere als human. Und wie gesagt, mir vergeht da die Lust am Fleisch. Weil das ist einfach keine Art, wie man mit Tieren umzugehen hat. Und wie gesagt, wenn sie schon so großzügig sind und uns Milch und Käse noch geben, dann tun wir sie zum Dank dann noch auf diese Art und Weise schlachten. Und das, finde ich, ist nicht was, was eine Menschheit, die von Transformation, von Erwachen, von höherem Bewusstsein spricht, noch über sich ergehen lassen sollte. Immer mehr, die sagen, nein, ich will das nicht. Die tragen dazu bei, dass zum Beispiel auch etwas ganz anderes passiert. Wussten Sie, wie viel Wasser und wie viel Fläche verbraucht wird durch Tierhaltung und diesen ganzen Überschuss, den wir da produzieren? Dass, wie gesagt, Sie kriegen das ja auch zu Hause mit, dass teilweise die Bauern aus Protest, weil sie für ihre Milch nichts mehr bekommen, die Milch in den Fluss kippen. Oder sie bekommen mit, dass überall immer mehr Proteste sind, dass die Bauern abhängig gemacht werden vom Staat, indem sie nur noch Zuschüsse überleben können und dann aber gezwungen werden, nach industrialisierten Bedingungen ihren Hof zu führen. Also auch da von Gesundheit keine Spur, auch von Humanität und von einem neuen Bewusstsein. Man will einfach den Profit nach vorne stellen, der groß sitzt, der in dem Regal die fertig verpackten, schön in Styropor und Plastik eingeschweißten Fleischprodukte verkaufen will. Der will billig einkaufen und einen guten Gewinn machen. Und dafür sind wir bereit, alles andere aufzugeben. Wo uns das hinführt und ob das für uns gut ist, wage ich zu bezweifeln. Ich habe mich aus dieser Maschinerie herausgenommen, weil ich einfach spüren wollte, was passiert in mir. Und jetzt ist man ja auch nicht mehr der Jüngste, aber man fühlt sich immer jünger. Und das ist etwas ganz Schönes. Das heißt, alle diese Dinge, die ich früher hatte, die gibt es heute nicht mehr. Und ich weiß, dass mein Körper alles heilen kann, wenn ich anfange mit ihm in Kommunikation zu treten. Und das bedeutet wieder, ich muss eine gewisse Schwingung erreichen. Das kann ich aber alles nur dann, wenn ich anfange meinen Kopf leer zu kriegen. Also es fängt beim Denken ganz klar an. Denken Sie einfach, dass Sie sich gesund ernähren wollen. Ich sage das zum Beispiel jeden Morgen, wenn ich vor dem Spiegel stehe und mich rasiere. Ich bin gesund und werde immer gesünder. Das nennt sich Affirmation. Sie sagen sich, was ist. Ihr Körper wird durch Ihren Geist gesteuert. Und wenn Sie immer Gedanken haben, mir geht es heute nicht gut, Ja, dann geht es Ihnen auch nicht gut. Ich glaube, ich kriege eine Grippe. Ja, dann kriegen Sie auch eine Grippe. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass ich gesund bin und gesund bleibe. Und hier habe ich etwas, vor kurzem habe ich einen schönen Satz gelesen. Wasser, die Droge Gottes. Das passt sehr gut, das ist es auch. Weil wenn man mal verstanden hat, was das Wasser alles machen kann und was es aus unserem Körper alles ausleiten kann und viele andere Dinge, dann wissen wir, was für uns gut ist. So, bevor wir uns jetzt noch mehr in falsche Wahrheiten begeben, dann gehen wir doch einmal zu einem anderen Punkt. Und zwar ... Da hat mir die Elisabeth U. noch geschrieben, Mittwoch, 13. März, ganz aktuell. Ich bedanke mich nachträglich ganz herzlich für die Hinterlegung der Eintrittskarte zur Lebenskraft. Wir waren am Samstag dort. Ich hatte etliche Mühe mit der großen Anzahl von Menschen auf einem Fleck. Für mich sehr gewöhnungsbedürftig. Vielleicht sollte ich es Platzangst nennen. Wir waren um 13 Uhr beim Time-to-Do-Stand, trafen Sie leider nicht an. Sicher waren Sie beim Mittagessen. Schade, ich hätte Ihnen gerne persönlich für Ihren großen Einsatz für alle Lebewesen gedankt und ein Kompliment dafür ausgesprochen. Das nun einfach an dieser Stelle. Ich bin eifrige Zuschauerin Ihrer Sendung. Bei den allzu technischen Themen halte ich es nicht die ganze Stunde durch, einfach weil ich es nicht verstehen kann. Dafür kann und weiß ich in anderen Dingen, es ist gerecht verteilt. Wird das Buch Jahrhundertlüge gelegentlich nachgeliefert. Weiter viel Mut für Ihre Richtung. Nörgler sind Neider, denen man Einsicht wünschen darf. Mit herzlichen Grüßen, Elisabeth U. Liebe Elisabeth, aber natürlich, es ist wieder da. Ich habe noch ein paar Exemplare von Bestellungen, die bei Heiko Schrang eingingen und dann aber nicht bezahlt wurden, abzweigen können. Gestern sind, glaube ich, noch 20 Stück oder so gekommen. Die werden wir jetzt schnellstmöglich wieder ausliefern. Er macht gerade sogar eine Hardcover-Ausgabe, eine wunderschöne. Und er kommt noch mal zu uns in die Sendung. Denn der zweite Teil des Buches ist der viel interessantere eigentlich. Und da lernen wir für uns alle etwas dazu. Aber ich möchte jetzt noch einmal zu einem anderen Thema kommen. Der Alexander K. hat mir im Januar geschrieben, Guten Abend, lieber Norbert, hier ein Video von einer Show im SWR-Fernsehen, wobei verschmutztes Wasser mit ein Zehntel Gramm Moringa-Samen wieder trinkbar gemacht wurde. Hier eine Seite aus einer Broschüre, die ich dir mitschicke. Und das unterstrichen ist auch gleichzeitig die Antwort auf die Frage, ob Tiere vegetarische Nahrung zu sich nehmen oder nicht. Leo Kohoff Verlag, das neue Licht Verlag, Jim Humble Verlag. Moringa eignet sich sehr gut als Futterzusatz für unsere Haus- und Nutztiere. Nach neuesten Erkenntnissen sind viele Krankheiten ernährungsbedingt. Dies gilt nicht nur in der Human-, sondern auch in der Veterinärmedizin. Eine gute, ausgewogene Nahrung ist für ihre Tiere genauso wichtig wie eine liebevolle Betreuung. Tiere benötigen viel Eiweiß. Nutztiere ernähren sich hauptsächlich vegetarisch. Sie leisten täglich härteste Arbeit für uns Menschen und brauchen deswegen auch viel Eiweiß. Um dies zu erhalten, fressen sie jede Menge Gras, Blätter, Getreide und sonstiges Grünzeug. Durch den kontinuierlichen weltweiten Anstieg der Viehhaltung jährlich um 10% werden immer größere Mengen an Fischmehl benötigt, wodurch der Preis der Fischprodukte weltweit steigen und viele Menschen vom Hunger bedroht sind. Durch ihren hohen Proteingehalt sind Moringa-Blätter eine gute Alternative zu Fischmehl, zumal Pflanzenfresser, damit eine naturgemäße Nahrung erhalten. Kühe, die Moringa-Blätter als Nahrungszusatz bekommen, geben bis zu 10 Liter Milch pro Tag. Die normale Milchleistung liegt bei 7 Liter. Wir reden hier nicht von der Hochleistungskuh. Auch für Hunde und Katze ist Moringa geeignet. Moringa Vital Plus Tierpresslinge, hervorragende diätische Ergänzung für Haustiere, da sie alle Vital- und Nährstoffe in biologisch hochverfügbarer Form enthalten und sie benötigen. Besonders schwangere und stillende Tiere benötigen eine Extraportion an natürlichen Vitalstoffen. Moringa kann die Milchsekretion der Muttertiere erhöhen und verbessert die Milchqualität. Jungtiere, die Moringa-Zusatzfutter erhielten, sind erfahrungsgemäß gesünder, kräftiger und widerstandsfähiger und kommen mit einem höheren Geburtsgewicht zur Welt. Gesunde Babytiere machen wesentlich mehr Freude. Pflegeanleitung ist dabei. Namen, die sich mit Moringa beschäftigt haben. Leo Köhof, Barbara Simonson. Weitere Informationen über die Produkte können Sie anfordern beim Hampel Verlag. Buch Moringa, der essbare Wunderbaum, sind die zwei Namen, die ich zuerst gefunden hatte. Ich hoffe, dass ich damit helfen konnte. Konntest du? Ganz, ganz toll. Jetzt zeigen wir das gleich einmal. Das ist diese Broschüre, Moringa oleifera, so heißt diese Pflanze. Und es ist unglaublich, ich habe da drin gelesen, da steht da nur, man kann auf wenigen Worten vermitteln, was Moringa oleifera ist und was Moringa oleifera für den gesamten Menschheit bedeutet. Es ist ein Wunderbaum. Nun beruht die Existenz des Moringa-Baumes nicht auf ein Wunder, sondern auf die konkrete Tatsache, dass Moringa ein Baum ist, der dort, wo er wächst, ein Segen für die Menschheit bringt. In dieser Broschüre habe ich in Kürze zusammengefasst, was der Moringa oleifera an Eigenschaften minzig trägt. Weitere Informationen und so weiter. Das sind die Blätter, die zum Verzehr geeignet sind. Dann zum Beispiel hier 100 Gramm Blätter von Moringa oleifera erhalten siebenmal mehr Vitamin C als Orangen, viermal mehr Vitamin A als Karotten, viermal mehr, jetzt muss ich das ein bisschen größer machen, sonst muss ich mich so anstrengen. Jetzt gehen wir mal da oben drauf und machen das so. Und jetzt haben wir es. Viermal mehr Kalzium als Milch, dreimal mehr Kalium als Bananen, dreimal mehr Eisen als Spinat, zweimal so viel Proteine wie Soja und ebenso viel Eiweiß wie Milch. Alle acht essenziellen sowie zehn der zwölf nicht-essentiellen Aminosäuren. Wunderbaum, tolle Geschichte. Hier sehen wir ihn noch einmal, jetzt machen wir es wieder etwas kleiner. Hier haben wir den tollen Baum. Und hier sind die ganzen Beschreibungen, die Vitamine A, B, B1, B2, B3, C, D, E, F, K, die Mineralstoffe Kalzium, Phosphor, Magnesium, Natrium, Kalium und so weiter und so weiter. Das ist die Blüte, die man übrigens auch essen kann. Und hier jeder Teil des Baumes ist beschrieben eine tolle Broschüre. Das sind die Samen, die zu Öl gemacht werden können, die man aber auch so essen kann. Moringa als Anti-Aging-Produkt. Moringa zur Wasserreinigung, was ich sagte, ein Samen reinigt ein Liter Wasser, der bakteriologisch verschmutzt ist. In der Schwangerschaft auch ein besonderer Bereich. Und hier nochmal das mit den Vitaminen und dem Eisen. Also eine ganz tolle und informative Broschüre, die wir gerne auf der Seite dazu stellen. Und jetzt wollen wir nochmal schauen, was wir da haben. Das ist übrigens der Beitrag, der im SWR war. Jetzt wieder dazuschalten, bitte. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier das Lieblingsgetränk von einem von euch werden könnte. Aber wir wollen es zumindest probieren. Sondern das hier sieht aus wie Gräbfrutsaft und ist in Wirklichkeit ziemlich verdrecktes Wasser aus einem Fluss, voller Bakterien, voller Schlamm. Und keiner von euch würde es freiwillig trinken. Jetzt gibt es aber eventuell die Möglichkeit, dass man das verzaubern kann. Und der Ranga weiß vielleicht, wie man das macht. Es gibt in der Welt 6.000 Kinder, die jeden Tag daran sterben, weil sie verdrecktes oder giftiges oder schlechtes Wasser getrunken haben. Und da kann man vielleicht nachhelfen mit einem echten Wunder der Natur. Wir gucken uns jetzt erstmal das Wasser an, dieses Elixier des Lebens und tauchen mitten hinein. Ja, ich nehme mir am besten die Probe, ihr Lieben. Also du hast ja hier noch so ein Glas. Will einer von euch probieren? Nein. Also was wir machen ist, wir probieren es einfach der Reihe nach durch. Die Brühe, die hier im Glas ist, die gibt es hier oben auch in diesen Behältnissen. Und wir haben alles da. Also, die erste Option Kiesel, die zweite Option hier Gänsedaunen, also richtig tolle Federn. Und die dritte Option gibt es auch und das ist hier der Samen des sogenannten Moringa-Baumes, den habe ich hier gemahlen. Und jetzt wollen wir zuerst einmal gucken, wer hat wie entschieden. Die beiden Damen, die sagen, der Kiesel macht's, also dann wird das Wasser unten klar sein. Und die Männer tippen beide auf C und sagen, der Samen ist es, der gemahlene Moringa-Samen. So, jetzt tue ich davon einiges rein und zwar nicht viel. Man braucht gerade mal hier eine ganz kleine Menge. Und lieber Frank, im Gegensatz zu sonst ist es dieses Mal so, dass wir uns Zeit lassen. Wir wollen das einfach wirklich erproben. Also, ich schüttle hier den Samen nochmal so richtig in das Glas und starte damit das Experiment. Also, Moringa-Samen. Zweite Möglichkeit Federn. Läuft an. Dritte Möglichkeit Kiesel. Alles klar. Und die Punkte gibt's dann natürlich erst, wenn wir wissen, welches Glas ist trinkbar. Wie lange wird das etwa dauern, Rangat? 40 Minuten? Na, ich schätze, etwa so gute 40 Minuten. Wenn's soweit ist, komm ich nochmal auf euch zurück. Verlierer müssen trinken. Und das ist überhaupt ein guter Vorschlag. Jens Rieber sagt, die Verlierer müssen trinken. Einverstanden. Die Frage ist, ist das Wasser sauber geworden? Wir müssten ja noch... Ja, liebe Zuschauer, das Wasser ist sauber geworden. Moringa hat die Fähigkeit, bakteriologisch verunreinigtes Wasser zu reinigen. Sogar wieder trinkbar zu machen. Was ich Ihnen noch zeigen möchte, ist natürlich, dass Sie diesen Baum auch selbst bei sich pflanzen und ziehen können. Wir stellen eine komplette Pflegeanleitung. Wenn wir mal noch da kurz draufschalten. Hier ist es toll zu sehen. Ich mache es wieder etwas größer. Moringa Baumanzucht und Pflege. www.moringa-tree.eu Dort aber natürlich nicht nur in der EU, sondern Sie sehen, hier ist alles perfekt beschrieben. Bekommen Sie als Anleitung auf der Website dazu. Was ich Ihnen noch zeige, wir haben uns natürlich auch mal umgeschaut, wo kann man das bekommen. Und siehe da, hier gibt es eine Seite, die nennt sich www.kräuterbeer.ch Und da finden wir schon die Moringa Kapseln, verschiedene Moringa Produkte. Und wenn wir runter gehen, haben wir sogar den Samen, Moringa Samen, Moringa Samen in größeren Verpackungseinheiten. Dort können Sie alles bestellen. Dieser Moringa Baum ist wirklich ein Wunderbaum. Er wird von vielen asiatischen Ärzten als das Wundermittel dargestellt, was in Südostasien vielen Patienten hilft. Und es soll vorbeugend bei auch vielen unserer Zivilisationskrankheiten wirken. Das natürlich kann ich nur weitergeben. Ich bin kein Mediziner. Und da heißt es immer, fragen Sie den Heilkundigen Ihres Vertrauens. Sie können diese Moringa Samen bestellen, ganz einfach im Topf ziehen. Der wächst sehr schnell. In einem Jahr wird der bereits über einen Meter hoch sein. Zurechtschneiden wieder auf einen Meter und weiter. Ich hoffe, es war für Sie wieder spannend und interessant. Und ich habe Ihnen nicht den Appetit verdorben. Und wir sehen uns morgen Abend wieder. Timetodo.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berseri.